Da bin ich besser weg. Ja, das ist ein BD. Das ist ein heroischer Augenblick. Ich möchte noch nicht sterben. Guck mal, am Stellwerk oben haben sie die Freunde eingeladen bei Kaffee und Kuchen. Die Leute beugen sich alle immer so weiter vor. Wir hätten es ganz nach vorne stellen müssen. Verdammt. Ob die sich früh auch so freiwillig vor den Zug geworfen haben? Zum Thema, halten Sie Abstand. Halten Sie Abstand, ja. Der fährt extra langsam, damit hier nicht irgendein Depp... Ach so, ich würde die auch mal gerne von vorne sehen. Das ist ja ein bisschen enttäuschend. Ja, sie haben nur auf der Stroh. So, ich habe jetzt Angst, dass ich sterbe. Zu Recht. Ich bin mal ein bisschen weg, Schimpf. Sie ist eh von mir. Ja, ja, macht ja nichts. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Wir stehen vor. Guck. 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 Wir haben das Gute, dass wir auf jeden Fall keine Ausnahme haben. Ja. Ja, das ist ein paar Geräte.